Heute sind wieder Adventskalendertürchen dran und diesmal sind es, oder Tütchen in dem Fall fast eher, diesmal sind es 7, 8 und 9 und wir gucken mal rein, was drin ist. In der Nummer 7 haben wir das Haselnussbraune Halfter. Leider nicht mit Rennwerten, aber ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Halfter. So, hier in der Nummer 8, was haben wir hier drin? Eine Wintermarke haben wir hier drin oder ich glaube zwei waren es sogar. So, 9 ist hier mal ein richtig großer Karton. Gucken wir mal, was da drin ist. Ich bin gespannt. Oh, wir haben ein Pirouettenkleid. Reiten plus 3, Befehl plus 3. Damit ist auch das Kleid nicht Jumpy-tauglich, aber so für ein bisschen Roleplay à la Frozen kann ich mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Auf die nächsten Türchen müssen wir jetzt ein bisschen warten, weil ich ja immer drei gleichzeitig aufmache. Am 12. Dezember öffnen wir die nächsten drei Geschenke. Mal gucken, was da drin ist.